Einen wunderschönen guten Morgen miteinander. Ich begrüße Sie auch alle ganz herzlich schön, dass Sie hier sind, auch drüben im Mitternachtshofhaus über Livestream. Ganz herzlich willkommen zu dieser Botschaft Gottes Werkzeugkiste. Ich möchte auch noch vor dem Einstieg ein Gebet sprechen. Treuer Gott und Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du selber uns dein Wort gegeben hast, dass du selber dein Wort auch lebendig machst durch deinen Heiligen Geist an unseren Herzen und zwar genauso, wie es jeder nötig hat. So bitten wir dich, öffne uns die Augen, dass wir sehen, die Wunder in deinem Gesetz gibt. Gnade zum Hören, aber auch Gnade zum Reden. Alles zur Ehre deines wunderbaren Jesus Namens. Amen. Das Zusammenspiel der Gaben und das Konfliktpotenzial, wie wir es jetzt gerade in der Schriftlesung von Hans-Jörg gehört haben, 1. Korinther 12, hat jemand einmal wie folgt beschrieben. Der Streit in der Werkzeugkiste. Einst war Unfrieden in einer Werkstatt. Herr Bohrer, ein tiefer Forscher, meinte, Bruder Hobel tue durchaus nur oberflächliche Arbeit. Wenn man die Späne sehe, so scheine es, als wäre viel Wesens da, es sei viel geleistet worden und doch sei lediglich nur die Oberfläche berührt worden. Ich jedoch, ich gehe in die Tiefe. Da entgegnete Prediger Hammer. Ich achte Ihrer Weisheit, Herr Bohrer, doch Sie sollten vor Ihrer Türe wischen. Ihr Einfluss beschränkt sich ja doch nur auf einen kleinen Umkreis. Halt, Bruder Hammer, rief der spitzfindige Geselle Nagel. Sie machen viel Lärm und doch treffen Sie immer nur den Kopf. Derweil legten zwei alte Sägen ihre Häupter bedenklich zusammen. Die eine flüsterte durch ihre gebrochenen Zähne. Mir gefällt es nicht mehr. Früher, da hieß es so, hin und her, langsam, aber sicher. Und auf diese Weise ging es durch und durch. Aber heute muss alles mit diesen modernen Maschinen in wenigen Minuten fix und fertig sein. Wir kommen ja nur noch so selten zum Einsatz. Nun rief Freund Stemmeisen aus der Ecke, Prediger Hammer ist stark kritisiert worden, aber ich muss gestehen, ich habe lange unter seiner Leitung gearbeitet und kenne die Wucht seiner Argumente und die vortreffliche Wirkung seiner Sprache. Kein Streich, den er führt, verfehlt seinen Zweck. Ein zufällig anwesendes Hufeisen mischte sich ein und meinte, auch ich anerkenne Hammers Gewalt an, aber ungleich mehr habe ich durch unseren Prediger Baseball gehalten. Wärme, Wärme tut Not, die schmilzt die Herzen, welche der Gewalt widerstehen. Freund Hufeisen beeindete seinen Einwurf mit dem Auswurf. Oh, wo wäre ich, wenn Prediger Blaseball nicht durch seinen Hauch das Feuer angefacht hätte, das mich so herrlich durchglüht hat? Da hob sich ein allgemeiner Beifallsturm. Ja, Wärme, Wärme benötigen wir. Doch der altehrwürdige Professor Schleifstein, der erst vor kurzem einigen jungen Beilen den Verstand geschärft hatte, war nicht damit einverstanden. Wärme, meine Herren, genügt nicht. Zu tüchtiger Arbeit reicht Wärme und Inbrunst nicht aus. Wenn ein Werkzeug etwas Rechtes ausrichten soll, dann braucht es dazu Schärfe, feine Bildung. Das war nun aber wieder dem ungebildeten Schraubstock zu viel. Ich bestrebe mich, brummte einfach, alles, was mir in den Weg kommt, herzhaft anzufassen. Und was ich einmal festhalte, das lasse ich nicht mehr los. Jetzt meldeten sich die beiden Freunde Winkel und Meter aus der Stille. Wir befürchten es, möge einer in seinem ungesunden Eifer zu weit gehen. Etwas Rechtes ist wirklich noch niemandem gelungen, der nicht auf der ganz genau beschriebenen Linie der vorgeschriebenen Pflichten geblieben ist. Oh, ich habe schon manchen Nagel festgeschlagen ohne irgendeinen Plan, sagt Bruder Hammer, leiser vor sich hin und schien dabei, wie alle anderen, völlig zu vergessen, dass eine höhere Hand ihn dabei geleitet hatte. In diesem Moment öffnete sich die Tür und des Zimmermanns Sohn trat ein. Mit einem Schlag verstummte der ganze Bordkrieg, währenddessen übrigens auch nicht die geringste Arbeit getan worden war. In der Gegenwart des Meisters befand sich in der Werkstatt alles wieder in Frieden und Einklang. Jedes Werkzeug kam in wohldurchdachter Abwechslung zur Verwendung und so wuchs die Arbeit unter der weisen, schaffenden Hand des unvergleichlichen Meisters zu einem herrlichen, vollkommenen Werk heran. Gottes Werkzeugkiste. Heute Morgen möchten wir anhand des Epheserbriefes diese Wirkungsweise der Werkzeugkiste ein wenig erforschen. Wir möchten als erstes den Besitzer der Werkzeugkiste kennenlernen, dann die Bestandteile der Werkzeugkiste, den Gebrauch der Werkzeugkiste und schließlich viertens das Ziel der Werkzeugkiste, damit, wie wir es jetzt zum Schluss gerade gehört haben, die Arbeit unter der weisen, schaffenden Hand des unvergleichlichen Meisters zu einem herrlichen, vollkommenen Werk heranwächst. Nun als erstes der Besitzer der Werkzeugkiste. Unser Botschaftsthema nimmt ja eigentlich die Antwort schon vorweg, wer der Besitzer der Werkzeugkiste ist. Es ist Gottes Werkzeugkiste. Gottes Werkzeugkiste. Aus Epheser Kapitel 4, Vers 8 bis 10 wissen wir das. Epheser Kapitel 4, Vers 8 bis 10, dort heißt es, er ist emporgestiegen zur Höhe, hat Gefangene weggeführt und den Menschen Gaben gegeben. Das Wort aber, er ist hinaufgestiegen. Was bedeutet es anders, als dass er auch zuvor hinabgestiegen ist zu den Niederungen der Erde? Der hinabgestiegen ist, ist auch derselbe, der hinaufgestiegen ist über alle Himmel, damit er alles erfülle. Jesus Christus hat durch seine völlige Erniedrigung in seiner Menschwerdung, durch seinen Gehorsam bis zum Tod am Kreuz, durch seine Auferstehung aus den Toten, einen vollständigen, allumfassenden Sieg über Sünde, Tod und Hölle errungen. Darum hat ihm Gott auch einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Darum hat ihn Gott über die Maßen erhöht. Und deshalb lesen wir hier in Epheser Kapitel 1, Vers 12, 22, Entschuldigung, 1, 22. Und er, Gott, hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist. Es hat Jesus alles gekostet. Er hat alles dafür hingegeben. Und so wurde er zum rechtmäßigen Besitzer der Werkzeugkiste und gleichzeitig zum Bauherr der Gemeinde. Das führt uns zum zweiten Punkt, die Bestandteile der Werkzeugkiste. Hier geht es um Menschen, die erkannt haben, dass Jesus sie so unendlich geliebt hat und für sie so unfassbar viel getan hat und sie durch ihn so unbegrenzt gesegnet worden sind, dass sie sich ihm völlig hingeben, ihm nachfolgen und dienen und ihm ebenfalls alles geben. Ja, mit Christus lebendig gemacht, aus Gnaden errettet, erlöst durch sein Blut, versiegelt durch den Heiligen Geist. Das macht ein wiedergeborenes Kind Gottes aus. Nur zu diesen Menschen spricht Paulus hier in Epheser Kapitel 4, Vers 7. Jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe des Christus. Ist das nicht ermutigend, dass jedem Kind Gottes eine Gabe gegeben wurde, geschenkt wurde? Jedem Einzelnen, der Text betont das explizit, jedem Einzelnen. Deshalb weiß ich mit großer Gewissheit, dass hier heute Morgen kein Bruder und keine Schwester sitzt oder drüben im Mitternachtsrufhaus oder vor dem Livestream, die das nicht betrifft. Dir wurde eine Gabe gegeben, vermutlich sogar eine Kombination aus mehreren Gaben. Und das macht dich, ja gerade dich, so einzigartig. Du nimmst einen besonderen Platz ein und erfüllst eine einzigartige Funktion in Gottes Werkzeugkiste. Ich spreche nicht zu denen, die meinen, etwas Besonderes zu sein. Die wissen eh alles besser und nehmen meistens wenig bis gar nichts an. Nein, ich spreche zu denen, die treu und demütigem Herrn mit ihrer Begabung dienen und ich spreche zu jenen, die sich vielleicht ihrer Begabung gar nicht bewusst sind. Nun, von wem erhalten wir die Gaben? In den Lehrbriefen des Neuen Testaments gibt es vier Stellen, in denen wir Informationen über die Gaben erhalten. Aber nirgends finden wir eine Definition oder Beschreibung der Gaben. Nirgends. Diese erkennen wir nur anhand ihrer Ausübung, anhand ihres Gebrauchs und anhand ihrer Auswirkungen. Zum Beispiel sehen wir das sehr deutlich in der Apostelgeschichte. Die vier Stellen, die man sich übrigens sehr einfach merken kann, sind Römer Kapitel 12, 1. Korinther 12, das ist diese Stelle, die Hans-Jörg vorher gelesen hat, Epheser 4 und 1. Petrus 4. Also ganz einfach, Römer 12, 1. Korinther 12, Epheser 4 und 1. Petrus 4. Was also sagen diese Bibelstellen über den Ursprung der Gaben? Unser Text hier in Epheser Kapitel 4, im Vers 7, dort heißt es von Christus. Jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade gegeben nach der Maß der Gabe des Christus. Also, es ist Jesus, der Gaben gibt. In Römer Kapitel 12, Vers 3, am Schluss, Römer Kapitel 12, Vers 3, am Schluss dieses langen Verses, wird aber die Rolle des Vaters betont. Dort heißt es nämlich, wie Gott einem jeden Einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Und auch hier wieder jeder Einzelne von Gott. Dann schließlich in 1. Korinther 12, Vers 11, ist der Heilige Geist der Handelnde. Dies aber alles wirkt ein und derselbe Geist, der jedem persönlich zuteilt, wie er will. Auch hier wieder jedem zuteilt, wie er will. Und wir sehen hier das Wirken des Geistes Gottes. Also, in diesen drei Stellen sehen wir also den dreieinigen Gott in vollkommener Harmonie, kraftvoll am Werk, wenn es darum geht, seinen Kindern Gaben zu schenken. Ist das nicht wunderbar? Weil alles von ihm ist und weil auch alles für ihn ist, ist, wie es Benedikt Peters einmal treffend ausgedrückt hat, jedes Rühmen ausgeschlossen. Es gibt in Gottes Werkzeugkiste keinen Platz für Selbstverherrlichung. Jeder Eigenwille ist ausgeschlossen. Es gibt in Gottes Werkzeugkiste keinen Platz für Ehrgeiz. Jeder Eigennutz ist ausgeschlossen. Es gibt in Gottes Werkzeugkiste keinen Platz für Selbstverwirklichung. Jedes Neiden ist ausgeschlossen. Es gibt keinen Platz in Gottes Werkzeugkiste für Minderwertigkeit. Und jeder Dünkel ist ausgeschlossen. Es gibt in Gottes Werkzeugkiste keinen Platz für Überheblichkeit und Arroganz. Diese Wahrheit wird von Paulus in einem seiner schwierigsten, aber auch einer seiner schönsten Lehrsätze auf den Punkt gebracht, und zwar in Epheser Kapitel 4, Vers 16. Da heißt es, Epheser 4, Vers 16, von ihm aus vollbringt der ganze Leib, zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Das heißt, vereinfacht ausgedrückt, Jesus wirkt alles, gibt die richtigen Gaben am richtigen Ort und schenkt dadurch wunderbares Wachstum. Liebe Geschwister, deshalb gebührt ihm über die herrliche Ausstattung und Auswirkung der Werkzeugkiste beziehungsweise über den Bau der Gemeinde allein alle Ehre, Lob und Dank, ihm allein. Nun haben wir aber alle eine Verantwortung, weil wir etwas bekommen haben. Was machen wir mit dem Bekommenen, mit dem Geschenk? Nämlich diese Gabe beziehungsweise diese Gaben zu entdecken, zu leben und zu entwickeln. Und das führt uns zum dritten, sehr ausführlichen Punkt, der Gebrauch der Werkzeugkiste. Vielleicht fragt sich jetzt der eine oder andere, wie soll ich mich denn gebrauchen lassen, wenn ich gar nicht weiß, wozu ich gebraucht werden kann? Konkret, wie kann ich denn meine Gaben entdecken? Wie soll das gehen? Muss ich einen Kurs belegen? Muss ich mich zurückziehen in die Einsamkeit? Muss ich fasten und mich so richtig kasteien? Oder durch Visionen und besondere Offenbarungen, Träume, durch Eindrücke und besondere Führungen? Seht ihr, dieses Entdecken der eigenen Gaben ist viel einfacher und praktischer und auch nachherliegender, als manch einer denkt. Ich möchte das in fünf Schritten aufzeigen. Der erste, lies deine Bibel. Lies deine Bibel. Dadurch entdeckst du, dass es interessanterweise keine einzige Aufforderung gibt, unsere Gabe beziehungsweise unseren Platz in Gottes Werkzeugkiste zu entdecken und dass es auch keine Dienstvoraussetzung ist, seine Gabe zu kennen. Durch das regelmäßige, sorgfältige Lesen des Wortes Gottes entdecke ich seinen Willen für mein Leben, entdecke ich, welch hoher Berufung ich habe, entdecke ich, welchem herrlichen Ziel ich entgegengehe. Ich entdecke gleichzeitig aber auch, wie viel noch zur Christusähnlichkeit mangelt. Und selbstverständlich entdecke ich auch durch das intensive lesen und studieren dieser vier genannten Gabenstellen Römer 12, 1. Korinther 12, Epheser 4 und 1. Petrus 4, was Gott mir grundsätzlich über die Gaben mitteilen will. Dadurch wird der Verstand erhellt und das Herz bewegt, denn alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Überlehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Für manche ist das Entdecken ihrer Gabe belanglos. Ah, das ist doch nicht so wichtig. Für andere ist es das Allerwichtigste. Oh, das muss ich wissen, dahin strebe ich. Liebe Geschwister, die Gaben stehen nicht unter dem Wort belanglos. Sie stehen nicht über dem Wort, über allem anderen. Nein, die Gaben stehen im Wort, hier. Deshalb lies deine Bibel. Das zweite, zweiter Schritt, bete, bete. Bete regelmäßig mit Flehen, Bitten und Danksagungen für deine Nächsten, für deine Geschwister, auch hier in der Gemeinde. Bete regelmäßig mit Bitten, Flehen und Danksagungen, für dein Leben und für deinen Dienst und damit verbunden über deinen Gaben. Über das regelmäßige Gebet hat Charles Birchon einmal gesagt, wir können zu allen Zeiten beten. Ich weiß, wir können es, aber ich fürchte, dass diejenigen, die nicht zu bestimmten Stunden beten, überhaupt selten beten. Nicht zu beten bedeutet nicht nur, dass man keinen Mangel hat, sondern auch zuzugeben, dass man die Bedürftigkeit nicht realisiert. Dies vermehrt die Sünde der Gebetslosigkeit. Es zeigt den Versuch, von Gott unabhängig zu werden und ein selbstgenügsames Leben führen zu wollen. Es ist ein Geständnis Gott gegenüber, dass man ihn nicht braucht und somit nicht mehr zu ihm betet. Liebe Geschwister, weil ich in meinem Herzen nicht wirklich mich auskenne, das Herz ist so ein betrügerisches Ding, ja, muss ich meine Wünsche, meine Herzensvorstellung und vielleicht auch gewisse Ablehnung und Abneigung vor gewissen Dingen unserem Herrn hinlegen, das bewahrt vor falscher Selbsteinschätzung, indem man sich überschätzt, alles kein Problem, ich kann das, ist doch gar keine Sache, das machen wir, oder indem man sich selbst unterschätzt, ja, der, der kann das, aber ich, nein, mich kann man wie sowas nicht brauchen, nicht gebrauchen, weil nur Jesus weiß, mit welchen Gaben er mich beschenkt hat, soll deshalb auch mein, soll unser aller herzliches Gebet sein eben, Herr, nicht mein, sondern dein Wille geschehe, bezüglich unserer Gaben muss Gebet unser Lenkrat und eben nicht das Ersatzrat sein, deshalb lass nicht ab, viel zu beten, bete wie Paulus in Epheser 1, Vers 18 auch bezüglich deiner Gaben um Weisheit, um Erkenntnis, um erleuchtete Augen des Verständnisses, das führt uns zum nächsten Schritt im Entdecken der Gaben. Denk nach. Denke nach. Ja, das ist auch wichtig, um Klarheit in diesen Fragen zu bekommen. Bedenke, dass es natürliche Gaben gibt. Jeder hat sie. Jeder. Das sind die Gene, die du von Gott bei der Geburt bekommen hast. Diese Gaben müssen wir aber von den geistlichen Gaben, die du bei deiner geistlichen Geburt empfangen hast, unterscheiden. Die natürlichen Gaben bei der fleischlichen, natürlichen Geburt und die geistlichen Gaben bei der geistlichen Geburt. Und beide kamen im Moment, als du geboren wurdest, waren sie da. Die natürlichen Voraussetzungen und die geistlichen. aber dennoch hat Gott deine natürlichen Talente auch in seinen wunderbaren Plan mit dir eingeschlossen. Wie zum Beispiel Geschicklichkeit oder musikalische und sprachliche Begabungen. Ich denke an die Tabea Frei, die spielt im Normalfall herrliche Violine und jetzt heute saß sie da ganz unbeschwert an der Orgel. Ja, das sind doch musikalische Begabungen. Ist doch wunderbar. Da gibt es sprachliche Begabungen. Unsere Übersetzer hinter den Kulissen, die übersetzen diese Botschaft in Spanisch oder auf Englisch. Es gibt Intelligenz, auch Gesundheit und Kraft. Es gibt so richtige kräftige Männer, die mögen richtig was schlupfen. Bedenke, dass es auch erlernte Fähigkeiten gibt, die fast wie Gaben daherkommen, wie zum Beispiel, ja, ich lache jetzt vielleicht, lesen, schreiben oder rechnen oder kochen oder nähen, Autofahren oder Skifahren. Ja, Autofahren muss auch gelernt sein. Unser jüngster Sohn, der lernt zurzeit Autofahren, aber vor allem muss der Vater lernen, mit seinem Sohn geduldig sein. Singen und musizieren, viele Menschen haben kaum die Möglichkeit, sich diese Fähigkeiten anzueignen, aber hier in der Schweiz, ihr habt sie. Denke darüber nach, was dir Gott allein schon damit alles Wunderbares geschenkt hat, denn damit hast du auch schon eine Frage auf die unausgesprochene Antwort, was kann ich überhaupt? Ja, du kannst sehr viel, du kannst bereits sehr viel und dann denk darüber nach, was mache ich gern? Das kann ein weiterer Hinweis auf deine Gaben sein. Liebe Freunde, nichts ist verkehrter als zu denken, dass Gott dir Gaben und einen Dienst schenkt, bei dem du unzufrieden und unglücklich bist. Märtyrer, oh, ich sag's jetzt einmal ein wenig grob, Gott ist kein Tyrann und ein Christ, kein Masochist. Für Jesus war es das Größte und Beglückendste, den Willen des Vaters zu tun, obwohl ihn das letztendlich ans Kreuz brachte, aber das ist ein anderer Aspekt. Er sagt in Johannes 4, Vers 34, Johannes 4, 34, meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Seine Speise war es, den Willen Gottes zu tun. Regt sich irgendjemand von euch auf, wenn es was zu essen gibt. Ja. Nein, das macht doch Freude, wenn es was Leckeres zu essen gibt, oder? Und seht ihr, diese Freude, sagt Jesus in diesem Zusammenhang mit dem Tun des Willen Gottes, meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, das war wie eine Freude. Deshalb denke nach, also nicht über das Essen, sondern über deine natürlichen und erlärmten Fähigkeiten und was dir Freude macht. Wenn du das tust, wird es dir in Zusammenarbeit mit Bibel und Gebet helfen, deine Gaben zu entdecken. Ein nächster Schritt führt dich zu deinem Nächsten. Frag andere. Der vierte Schritt. Frag andere. Andere Christen sind häufig viel objektiver und erkennen unsere Gaben viel besser als wir selbst. Wir müssen lernen, auf andere zu hören. Achte auf Ratschläge und Empfehlungen von Brüdern oder Schwestern, die geistlich reifer sind als du und die mehr Dienst und Lebenserfahrung haben. Das kann sehr befreiend sein. Das kann Lasten abnehmen. Man meint, das müsse man tun. Dabei ist das gar nicht die Aufgabe. Es kann aber auch sehr ernüchternd und belastend sein, wenn Hoffnungen und Sehnsüchte des Herzens sich zerschlagen. Nein, wir sehen dich hier eher weniger. Schwierig wird es dann, wenn jemand das Gespräch sucht, also diesen Schritt eigentlich geht, aber von seinen scheinbaren Gaben derartig überzeugt ist und voreingenommen, dass er sich nichts sagen lässt. Deshalb frag andere in der Gesinnung und Absicht sich auch wirklich etwas sagen zu lassen. Jakobus Kapitel 3 Vers 17 hält fest, die Weisheit von oben lässt sich etwas sagen. Der entscheidende Schritt ist der letzte, der fünfte. Nutze deine Gelegenheiten. Nutze die Gelegenheiten, die sich bieten, um von Jesus zu zeugen oder von ihm etwas weiterzugeben. Ja, vielleicht merkst du, du hast eine Gabe, auf Menschen zuzugehen oder mit guten Argumenten jemandem etwas zu sagen. Nutze die Gelegenheiten, die sich bieten, um von Jesus mehr zu lernen, zum Beispiel wie ihr das jetzt heute Morgen macht im Gottesdienst oder wenn man in die Bibel und Gebetstunde geht oder ab 2017 mit unserer GBM Gemeindebibelschule Mitternachtsruf. Nutze die Gelegenheiten, dich als treuer Verwalter von dem, was dir anvertraut und aufgetragen wurde, zu bewähren. Lass dich auch nicht von Schwierigkeiten und Misserfolgen entmutigen. Geh mutig und entschlossen vorwärts und wage vielleicht auch mal ein etwas Neues, wenn sich die Gelegenheit dazu bietet. Nutze die Gelegenheiten, die sich bieten, um Hand anzulegen und mitzuhelfen und zwar wo auch immer. Prediger Kapitel 9 Vers 10 sagt das so ganz direkt und nachvollziehbar. Prediger Kapitel 9 Vers 10 Alles, was deine Hand zu tun vorfindet, das tue mit deiner ganzen Kraft. Luther hat in seiner Original Ausgabe 1500 gesagt, alles, was deine Hand zu tun vorfindet, das tue frisch. Also mach etwas. Lieber Bruder, liebe Schwester, die Gabe, die du vom Herrn geschenkt bekommen hast, ist eine gottgegebene Fähigkeit zum Dienst. Du entdeckst deine Gabe dadurch, dass du etwas machst und nicht dadurch, dass du untätig rumsitzest. Das unbiblische Denken über Gaben und Berufung hat dem Reich Gottes schon viel Schaden zugefügt. Manch einer hätte vielleicht gerne was getan, aber hat es nicht, weil er nicht angeleitet wurde, weil er nicht unterwiesen wurde in diesen Fragen. Norbert Lied hat in seinen beiden Botschaften über Berufung hier so wunderbar dargelegt, dass du eben kein Vollzeitler sein musst, um Christus und damit der Gemeinde hingegeben zu dienen. Die Glaubensgalerie in Hebräer Kapitel 11 bestätigt diesen Befund in außerordentlicher Art und Weise, denn abgesehen von Samuel waren es alles Männer und Frauen, die Gott während ihres ganz normalen Alltags gebraucht haben und die Gott in ihrem ganz normalen Alltag gedient haben. ist das nicht ermutigen? Manche sehen das Gemeindeleben wie ein Fußballspiel. 50.000 Menschen, die dringend Bewegung brauchen, schauen einigen wenigen zu, die dringend Erholung brauchen. Und interessanterweise wissen die Zuschauer immer alles besser als die eigentlichen Akteure. Das biblische Prinzip lautet in 1. Petrus 4, Vers 10 1. Petrus 4, Vers 10 dient einander jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als guter Haushalter der mannigfachen Gnade Gottes. Und auch hier ist jeder involviert. Es heißt hier dient einander jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat. Und das ist so wunderbar, das dürfen wir an dieser Stelle auch sagen, hier in der Zionshalle, dass wir hier, dass ihr so eine dienende Gemeinde sind, welche Gelegenheiten nutzt und mithelft, ohne die vielen freiwilligen Brüder und Schwestern, die zum Teil schon seit vielen Jahren in großer Treue und Hingabe mithelfen, mittragen, ja mitdienen, Dienst hinter den Kulissen vollbringen, wäre unsere Gemeinde und unser Missionswerk mit all diesen Aktivitäten schlicht nicht denkbar. Ich habe es heute Morgen für mich einmal schnell durchgedacht, heute Morgen sind über 40 Geschwister im Dienst, dass dieser Gottesdienst hier so stattfindet. Über 40 Brüder und Schwestern, die einfach Dienst tun mit dem, was man ihnen aufgetragen hat und das mit Freuden tun und Gott wird sie segnen, Gott segnen, Gott wird euch auch segnen, wenn ihr euch für die Israel-Konferenz eintragt, ganz praktisch und mithelft, da drüben dann auszuteilen und vielleicht wunderbare Bekanntschaften machen bei der Ausgabe der Speisen. Diese fünf praktischen Schritte, sie zeigen, wie wir unsere Gaben entdecken. Und wir haben gesehen, es geht alles ganz normal zu und her. Der Heilige Geist, der begabt, ausrüstet und wunderbar führt, wirkt also nicht mystisch, unfassbar, undefinierbar, wie eine frei in der Atmosphäre wirkende Substanz, sondern ganz konkret durch Bibel, Gebet, Nachdenken durch andere Gläubige und die praktische Nachfolge. Ja, und dann auf diese Weise beachte dann, wie der Herr segnet und Frucht wird und Ermutigung schenkt und Freude im Herzen wirkt und vielleicht deinen Dienst in diese oder jene Richtung erweitert oder vielleicht auch deinen Dienst in diese oder jene Richtung erweitert, ergänzt, die Grenzen weitersetzt. Nun darfst du aber nicht dabei stehen bleiben, sondern sollst deine natürlichen Talente, deine erlernten Wähigkeiten und vor allem deine geistlichen Gaben auch weiterentwickeln. Wer also zum Beispiel annimmt, die Gabe des Lehrens zu haben, ja, was muss der machen? Der muss intensiv die Bibel studieren. So manches Talent bleibt ein ewiges Talent, weil es nichts gearbeitet hat. Wer glaubt, die Gabe des Gebens zu haben, muss lernen, ein guter Verwalter zu sein. Wer meint, die Gabe des Ermahnens zu haben, der muss lernen, im Ausüben von Ermutigung, Trost und Zurechtweisung geduldig und samsmütig zu werden und so weiter und so fort. Stillstand ist immer Rückschritt. Bleib nicht stehen, mach vorwärts, geh voran. Beachten wir schließlich, dass die Gaben niemals für uns selber gedacht sind, niemals zum Eigennutz zur Selbsterbauung gegeben wurden, sondern immer für den gemeinsamen Nutzen zur Auferbauung des ganzen Leibes. Und damit sind wir beim vierten und letzten Hauptpunkt heute Morgen, das Ziel der Werkzeugkiste. Lesen wir noch einmal Epheser Kapitel 4 Vers 16. Von ihm aus, Epheser 4, 16, von ihm aus vollbringt der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner Selbst in Liebe. Jesus Christus ist das Haupt, der Ursprung. Von ihm, sagt der Text, von ihm aus, vollbringt der ganze Leib das Wachstum. Jesus Christus, das lesen wir hier auch in Epheser 2, Vers 20, ist der Eckstein, der Eckstein, auf dem die ganze Gemeinde aufgebaut ist und gleichzeitig ist er Bauherr und Baumeister der Gemeinde und er ist auch das Endziel der Gemeinde. Epheser Kapitel 4, Vers 10, da heißt es am Schluss, damit er alles erfülle. Also, es geht nur um Jesus. Das bedeutet, er ist die Autorität. Er hat die Autorität nach freiem Ermessen den Einsatzort und Einsatzzeitpunkt zu bestimmen. Das bedeutet, dass er die Weisheit hat, die dazu benötigte Begabung und Kraft auch richtig zu geben. Nun hat aber nicht jedes Glied die gleiche Funktion. Nicht jedes Glied hat die gleiche Kraft, nicht jedes Glied hat die gleiche Wirksamkeit und nicht jedes Glied hat die gleiche Sichtbarkeit. Oft sind die Verborgensten die Wichtigsten und diese Wahrheit der unterschiedlichen Gliedern, die kann eben zu Neid und Missgunst führen oder wir, wie ihr es am Anfang erwähnt haben, eben zum Streit in der Werkzeugkiste. Hobel, Bohrer und Hammer und Co. lassen grüßen. Dennoch sind die Glieder alle zusammen fest zusammengefügt und fest zusammenverbunden. Wenn eines strauchelt, hinkt oder vielleicht schielt, dann sind wir aufgefordert, ja, wir sollten eigentlich gar nicht anders können, als einander Handreichung zu tun, aufhelfen, zurechtbringen, verbinden und miteinander weitergehen. Die Muskeln brauchen zur Versorgung das Herz. Das Herz braucht die Lunge, die Lunge braucht den Mund. Liebe Geschwister, jedes einzelne Glied wird gebraucht, jeder einzelne von euch wird gebraucht, jeder. Wir sitzen alle, um es mal so zu sagen, im gleichen Boot. dabei muss nun kein Glied mehr tun, als nur die zugewiesene Aufgabe erfüllen. Aber auch nicht weniger. Meine Hand ist kein Fuß. Sie kann und muss deshalb auch nicht dasselbe leisten, was der Fuß leistet. Niemand wird von unserem treuen Herrn über- oder unterfordert. Niemand, sondern jeder wird ausgerüstet mit der genau richtigen Gabe, mit dem genau richtigen Maß an Leistungsfähigkeit. Im griechischen Text steht hier Energie. Du hast genau die richtige Kraft und Energie für den Dienst, den Gott dir gegeben hat. Deshalb verschleiß dich nicht im falschen Dienst. In dem Dienst, den Gott dir gibt, hast du genau die richtige Kraft. Letztendlich, liebe Geschwister, geht es eben nicht um individuelle Schönheit, Kraft, Intelligenz, Funktionalität oder Kreativität im Dienst, sondern um vollständige Unterordnung unter das Haupt, um Integration, ich sag's mal neudeutsch, in seinen göttlichen Masterplan. Nicht ich, er. Und so wie beim menschlichen Körper alles vom Gehirn ausgeht, ist es auch beim geistlichen Körper, der Gemeinde, seinem Leib, geht alles von Haupt aus, von Christus. Seht ihr, wenn mein kleiner Finger beginnt, selbstständig hier zu handeln und sich nicht mehr vom Gehirn steuern lässt, dann ist er krank. Wenn die Verbindung nicht wiederhergestellt wird, erlarmt und verkrippelt, der steht dann irgendwie einfach weg und wenn die Blutzufuhr unterbrochen ist, dann stirbt er. Geistlich angewandt sind das die Phasen der Degeneration der Gemeinde Jesu. Lassen wir uns deshalb immer wieder neu auf Jesus ausrichten und von ihm aus leben. Beachten wir, wie Paulus seine wunderbare Anleitung zum Gemeindebau zusammenfasst, hier am Schluss von unserem Vers, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner Selbst in Liebe. All dies soll also in Liebe geschehen. Die Liebe ist das optimale Wachstumsklima herrlich. Die Liebe und seht ihr, so wie das Blut unseren natürlichen Leib erhält, ist schließlich auch das Blut Jesu Christi die alles durchdringende, versorgende, wiederherstellende und reinigende Lebenssubstanz des geistigen Leibes. Wie heißt es in Epheser Kapitel 1 Vers 7 In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Vergebung, das macht das Zusammenspiel einfacher, das macht es unkompliziert und total befreien. Wenn er mir so viel vergeben hat nach dem Reichtum seiner Gnade, dann kann ich dem Hammer und dem Hobel, die nicht so sind, wie ich säge, auch verzeihen. Jesus und Jesus allein. Erst, wie wir das am Anfang gehört haben, erst in der Gegenwart des Meisters befand sich in der Werkstatt alles wieder in Frieden und Einklang. Jedes Werkzeug kam in wohldurchdachter Abwechslung zur Verwendung und so wuchs die Arbeit unter der weisen, schaffenden Hand des unvergleichlichen Meisters zu einem herrlichen, vollkommenen Werk heran. Ich komme zum Schluss. Entdecke deine Gabe, lebe deine Gabe und entwickle deine Gabe und so vom Herrn reich beschenkt, befähigt und bevollmächtigt für den Dienst an deinem Nächsten und zu seiner Ehre. Bleibe an dem Platz in Gottes Werkzeugkiste und lass dich von ihm auf seine Art und Weise gebrauchen. Gott will dich in dieser Sommer- und Ferienzeit erfüllt mit Gaben und Liebe als sein Werkzeug gebrauchen, um andere Gläubige aufzubauen, um dem Leib wachsen zu lassen, in dem Verlorene gerettet werden und um ihn zu verherrlichen. Amen. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Treue Gott und Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für dein wunderbares, lebendiges Wort, das uns unterweist, auch bezüglich der Gaben. Du lässt uns nicht im Unklaren und es ist so praktisch und es ist so klar und es ist so einfach. Herr, hilf uns, darin festzuwerben, in diesen fünf Schritten zu wachsen und diese Schritte auch zu gehen und danke für die wunderbare Gewissheit, für die mehrmalige Bezeugung in deinem Wort, dass du jedes deiner Kinder mit Gaben beschenkt hast. Danke, oh Gott, dass du uns auch hilfst, diese zu erkennen, zu entwickeln, vor allem aber zu leben, zur Verbauung des Nächsten und zur Verherrlichung deines wunderbaren Namens. Wirke das doch einfach aus Gnaden. Wir bitten, gib zum Wollen auch das Vollbringen, zur Ehre deines wunderbaren Jesus Namens. Amen.